Bernhard, du bist auch der Leuko-Experte für das B-System. Das gibt es jetzt ja schon einige Jahre auf dem Markt. Ist das überhaupt noch aktuell? Ja, auf jeden Fall. Das B-System ist immer noch aktuell, weil, wie der Name System sagt, es wurde immer weiterentwickelt in verschiedenste Bereiche, Falzen, Zerspannen, sogar auch jetzt mittlerweile Profilieren. Und jetzt gibt es halt noch weitere Bearbeitungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Zinken-Verbindungen und Schwalbenschwanz-Verbindungen. Schwalbenschwanz-Verbindungen, okay. Das hört sich nach einer sehr aufwendigen Verbindung an. Kannst du uns da mal Hintergrund geben? Ja, ich denke schon, weil jeder Tischler und Schreiner weiß, wie aufwendig ist er in seiner Karriere das erste Mal eine Schwalbenschwanz-Verbindung hat machen müssen mit Handwerkzeugen, Sägen und Stechbeitel. Und das ist heute mit der CNC-Technik eigentlich, nicht falsch verstehen, ein Klacks, in dem ich einfach jetzt solche P-System-Schwalbenschwanz-Fräser nehmen kann in verschiedensten Größen, in dem ich nicht nur, wie hier zu sehen oder hier zu sehen, wunderschöne Schwalbenschwanz-Verbindungen machen kann in ein paar wenigen Minuten. Von klein, wie man hier sieht, bis zu groß, wenn man es haben möchte, mit dem größeren Fräser. Also hier gibt es wieder Anwendungsmöglichkeiten und vielleicht kann man da sogar ein Revival der Schwalbenschwanz-Verbindungen erzielen. Ja, dann auf ein Revival der Schwalbenschwanz-Verbindungen. Bernhard, vielen Dank. Gern geschehen.